Die Journalistin und Autorin Whitney Webb warnt vor einer kommenden Krise, nämlich dass eine zentralisiert kontrollierte digitale Währung kommen wird und das hat mit BlackRock und Larry Fink zu tun. Denn laut Whitney Webb gibt es eine neue Annäherung des Establishments an Bitcoin. Sie zeigt auf, wie die Wall Street und Figuren wie Larry Fink von BlackRock plötzlich ihre Meinung ändern und Kryptowährungen und Bitcoin umarmen. Doch sie warnt dich, diese Wende des privaten und öffentlichen Sektors könnte weniger mit echter finanzieller Freiheit zu tun haben, als es scheint und Whitney Webb hinterfragt ebenfalls, die von Trump angedeuteten Pläne, Bitcoin mit dem Dollar zu verknüpfen und die globale Dominanz der US-Währung aufzubauen. Denn wie in einem der letzten Videos schon dargestellt, geht Michael Saylor ebenfalls davon aus, dass der Dollar mit Bitcoin hinterlegt wird. Was sort of Wall Street warming up to Bitcoin. Und was wir sehen, es ist eine Art von der Establishment cozying up to Bitcoin, ich glaube. So I guess you could frame, you know, Larry Fink's About Face and all of that as sort of the private sector establishment turnaround. And this is sort of the public sector establishment turnaround. But as far as it relates to financial freedom, I don't think the policies expressed by, you know, Trump or at least what Trump expressed or hinted at in his speech, because he didn't, you know, as far as RFKs went, he was more deliberate about what his policies specific. And Trump was a little more vague, but based on what, you know, Trump said, talking about sort of yoking Bitcoin and the dollar together and using that to expand the dollars' power and hegemony globally, and then also bringing in stable coins, which of course would be in this case dollar-denominated stable coins into the play. We have to consider what that means if the reason we're voting for it is to ensure that Bitcoin will be used to propagate financial freedom globally. Und bevor wir über Blackrock und Larry Fink sprechen, gibt es noch ein paar kritische Dinge, die Whitney Webb dargestellt hat. Sie berichtet, wie Regierungen weltweit versuchen, durch die Einführung digitaler Zentralbankwährungen, CBDCs, die Kontrolle über dich zu verstärken. Das konnten wir beispielsweise schon in Nigeria sehen. In Nigeria haben die Behörden den Großteil des Bargeldes aus dem Umlauf genommen, um die Menschen zur Nutzung dieser digitalen neuen Währungen zu zwingen. Doch die Bevölkerung hat sich gewehrt. Whitney Webb betont daher, dass die Menschen nicht an die versprochenen Vorteile der finanziellen Inklusion durch CBDCs glauben. Bürger in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern erkennen die wahre Natur dieser Währungen und sehen sie als staatliche Werkzeuge zur Einschränkung ihrer Freiheit. Whitney Webb warnt davor, dass Regierungen solche Systeme missbrauchen könnten, um Journalisten beispielsweise zu verfolgen und Menschenrechte zu verletzen bzw. einzuschränken. CBDCs sind laut Whitney Webb keine Instrumente für mehr Menschenrechte oder Inklusion, sondern dienen als ausschließende Überwachungswerkzeuge. Wenn also Maßnahmen wie die Reduzierung von Bargeld nicht funktionieren, dann glaubt sie, dass Regierungen zu noch extremeren Mitteln greifen könnten. Sie prognostiziert eine kommende Krise, die genutzt werden könnte, um dich zur Akzeptanz dieser digitalen Währungen zu zwingen. Und in solch einer Situation hättest du kaum eine Wahl, wenn du nicht über Bitcoin verfügst. Das Narrativ würde dann lauten, die Erzählung würde dann lauten, dass Privatsphäre und Anonymität, insbesondere finanzielle, gefährlich sind. Daher warnt Whitney Webb, dass solche Ereignisse genutzt werden könnten, um verfolgbare digitale Währungen und digitale IDs einzuführen. Angeblich dann, um Terrorismusfinanzierung zu stoppen. Sie fordert Daher dich auf, kritisch zu bleiben und die wahren Motive hinter dieser Entwicklung zu hinterfragen. Es geht bei dieser Sache nicht um dein Wohlergehen, ohne dass du dadurch finanzielle Freiheit erlangst, sondern es geht um Kontrolle und Überwachung. Sie ruft Daher dazu auf, wachsam zu bleiben und dein Recht auf Privatsphäre und Freiheit zu verteidigen. Schau dir das an, was sie dazu gesagt hat. Sie versucht, die Leute zu erzeugen, die CBD-Systeme zu erzeugen, was by essentially um, cutting off the vast majority of the cash in circulation in Nigeria. Und so, despite the fact that they created these conditions to coerce people into using the CBDC, the populace resists. And that suggests that the idea of CBDCs being a tool for financial inclusion, uh, you know, the public doesn't seem to believe that, right? In Nigeria, uh, these people that ostensibly have, suffer from this identity gap, that suffer from financial exclusion, don't want the financial inclusion that they're being offered by the CBDC. They don't see any real benefit. They see it as a, as a tool of, of the state. In the state, in Nigeria and in other African countries where, you know, these sort of systems are being rolled out, the governments have abused these systems to go after, uh, journalists or other people and violate human rights and all sorts of things. So it's not a tool for increased human rights. It's not a tool for increased inclusion. It's inherently exclusionary and it's a surveillance tool. So if Nigeria's tactic of, uh, you know, drastically reducing the amount of cash in circulation didn't work, then I think it's quite clear that the way to force onboarding of the CBDC is going to be some sort of crisis, some sort of event where people, uh, will be made an offer they can't refuse, essentially. Whatever that crisis is that creates the situation where people will have, you know, very little choice, but the onboard to this new digital currency system, uh, it could manifest in a number of ways, but regardless of how it manifests, what the narrative is going to be is that privacy is dangerous. Anonymity is dangerous. Specifically, financial privacy is dangerous. Those are going to be the narratives that come out of this event. And that's going to be a way to force onboarding both onto digital currency that can be tracked to stop terror financing or, or things of that nature. And also we have to know who everybody online is, or we have to know who everybody is interacting with these systems. We need digital ID. Das heißt, bereite dich darauf vor, was Whitney Webb zu sagen hat. Sie enthüllt die Pläne einer Elite, die versuchen, ein neues System zu etablieren, ein Kontrollsystem, das nichts weniger als moderne Leibeigenschaft ist. Stell dir einfach mal vor, die Technologie wird genutzt, um jeden deiner Schritte zu überwachen, dein Geld und deinen Zugang zu Diensten nach Belieben ein- und auszuschalten. Während zur gleichen Zeit die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer und größer wird gestalten, Milliarden, Milliardäre und Banker wie Mark Carney, Mike Bloomberg oder auch Bill Gates die Richtlinien, laut Whitney Webb, die uns alle betreffen. Und sie sagt, dass diejenigen an der Spitze profitieren, während du und der Rest von uns allen die Konsequenzen tragen. Hör dir einfach mal das an, was sie gesagt hat. I think one of the reasons they want this new system that ultimately amounts to a control system is because they see it as the ultimate form of risk management. They essentially want to move to a system that's not unlike the feudal system that existed in medieval Europe. You have, you know, a privileged, untouchable upper class and a low class of serfs. But if you implement a system this way with, you know, the technology they're using and all of that, you don't have to worry about peasant rebellions. You can manage the risk of the underclass. So you surveil them constantly. You can turn their money on and off. You can turn their access to services and really anything else on and off as well. Under the digital ID functionality, it's a way to keep people in line in a way that didn't exist in, you know, feudal Europe and under that model. But they're clearly moving to that model. And it's interesting because the UN essentially admits that. They talk about the acceleration of the adoption of all these, of all this digital infrastructure is exacerbating the wealth gap and making the billionaires even more wealthy. But the billionaires and the bankers are the people that are designing all these UN policies. You know, people, you know, like Mark Carney, Mike Bloomberg, Bill Gates, all of these guys are the ones influencing these policies more than anyone. They admit that they're exacerbating the wealth gap, but we're full steam ahead on these policies anyway. So, I mean, they're obviously going to keep exacerbating it. And a lot of those guys that are designing and maintaining the technology or deciding what it does are going to be in a very different class than the rest of us who are, you know, having this system imposed upon us. We're not the ones designing it. We don't have a stake in the stakeholder capitalism model. Und wenn wir ehrlich sind und uns wirklich ansehen, was rund um Krypto, Bitcoin und Stablecoins gerade passiert, geht es darum, vollständige Kontrolle zu schaffen. Whitney Webb spricht über Stablecoins, Bitcoin, CBDCs und Kontrolle. Und viele Leute sind ja zu dem Schluss gekommen, dass die USA keine digitale Zentralbankwährung CBDC bekommen wird. Und das liegt an diesem Gesetz, das im Mai verabschiedet wurde und im Grunde genommen die Zentralbank der USA daran hindert, eine CBDC auszugeben. Doch wenn man das Gesetz dann wirklich oder tatsächlich liest, verbietet es nicht wirklich eine CBDC, es verbietet nur den Begriff CBDC. Also wird die Fed keine digitale Zentralbankwährung ausgeben, aber sie kann zum Beispiel einen digitalen Dollar Stablecoin ausgeben, der dann mit Bitcoin hinterlegt ist. Aber hier verfehlen alle komplett das Ziel. Eine CBDC und ein Stablecoin sind im Wesentlichen dasselbe. Beide haben Programmierbarkeit eingebaut. Der einzige Unterschied ist der Imitent. Aber was, wenn BlackRock bereits einen Plan für eine US-CBDC hat? Am 12. Januar 2024 in einem Interview bei CNBC's Squawk Box machte der BlackRock-Vorsitzende und CEO Larry Fink eine kühne Aussage über die Zukunft des Geldes in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er sagte voraus, dass das Land eine digitale Währung einführen wird, die dann die Blockchain-Technologie nutzt. Ist das vielleicht jetzt der Grund, warum sie so viel Bitcoin kaufen? Dieser Kommentar verstärkt im Grunde genommen seine Unterstützung für eine staatlich unterstützte digitale Zentralbankwährung, die er ursprünglich in einem Brief an die BlackRock-Aktionäre im Jahr 2022 äußerte. Und ein Jahr später änderte er plötzlich seine Meinung in Bezug zu Bitcoin. Larry Fink unterstützt also tatsächlich CBDCs und sagt nun voraus, dass das Land eine digitale Währung einführen wird. Michael Saylor denkt das auch, dass der Dollar mit Bitcoin hinterlegt wird. Denkt daran, dass BlackRock und Larry Fink tatsächlich Einfluss auf die Fiskalpolitik in den USA haben und einen sehr großen Anteil an dem kontrollieren, was wir auch in Bezug auf die Fiskalpolitik sehen. Deshalb, du wirst nicht so groß wie BlackRock ohne erheblichen Einfluss auf fast alles zu haben, einschließlich der Fiskalpolitik. Daher ist es für uns so wichtig, dass wir über Bitcoin verfügen. Denn im Hintergrund wird gerade ein System etabliert, das nicht positiv für uns sein wird. Daher ist es auch so wichtig, dass wir über Bitcoin verfügen und auch lernen, wie wir uns durch krypto-finanzielle Freiheit aufbauen. Und wenn du dich dafür interessierst, die durch krypto-finanzielle Freiheit aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Mach mit, das Video wird es so nicht mehr für lange Zeit geben. Also handle, bevor die Zeit abläuft, denn die Zeit läuft und zwar gegen dich und auch gegen mich. Und selbst wenn du nicht klickst, lerne Bitcoin, lerne Krypto, mach das für dich und deine Familie. Ich wünsche dir einen schönen Tag.